Hallo, bevor ich zur Einleitung komme, möchte ich heute mit ein paar Zitaten beginnen. Diese sollen euch etwas Hoffnung und Licht spenden, sowie Trost in diesen dunklen Zeiten. Das Erste. Weißt du, wie die Zukunft aussieht? Wie eine 47-jährige Jungfrau, die in einem beigen Pyjama rumsitzt, ein Bananenbrockoli-Shake trinkt und singt, ich bin das heißeste Wiener Würstchen. Edgar Friendly. Das Zweite. Was ist das? Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. John J. Rambo. Du bist eine Krankheit. Und ich die Medizin. Marion Copretti. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zum Telestammtisch. Das Sly-Special. Ich bin der Sven und an meiner gestählten Brust ist das Ein-Mann-Kommando der König des Guerillakampfes. Nein, er kommt nicht aus Fort Bragg, aber er ist Schwabe. Hier ist Sam the Muscle Bam Bam. Adrian! Yeah! Wir beide sprechen heute über Sly und drei seiner Filme Cliffhanger, Demolition Man und Expandibles 2. Die Vita sowie die Storys der Filme werden wir nur kurz anreißen, da es ja sonst den Rahmen sprengen würde. Naja, im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich auch nur als Hommage an Sylvester Stallone. Genau, genau. Zur kurzen Biografie. Sylvester Enzio Stallone wurde am 6.7.1946 in New York City geboren, wuchs in Philly auf, hatte natürlich schon ein frühes Interesse am Schauspiel. Er hat durch eine Geburtszangen-Geburt, hat eine Nervenschädigung der unteren linkeren Gesichtshälfte, deswegen gibt es dieses klassische Sly-Schreien. Mit 24 nahm er aus Geldnot eine Rolle im Erotikstreifen. Kitty und Stutz an und kleinere Rollen und der durch... Italienische Deckhengst. Genau, lief auch gerne mal auf RTL. Das wusste ich nicht. Ja, 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 komm, komm. Ja, der Durchbruch kam mit dem Skript von Rocky, das er ja selbst geschrieben hat und ja, der Rest ist Legende. So, lieber Sam Bam Bam, wie hast du Sly kennengelernt? Bevor wir zu den Filmen kommen, einfach mal eine kleine Frage. Also, da ich ja 82 geboren bin und 82 kam auch Rambo raus, das muss ja ein Zeichen sein. Nein, also den Film habe ich 82 natürlich noch nicht gesehen. Ich denke, dass ich mit Cliffhanger, da war ich 11, wo der rauskam und der Film ist ja aber bei 18. Meine Tante hatte damals aber schon, ach, wie hieß es, Premiere. Ich wollte gerade Skies sagen, aber jetzt, früher hieß es Premiere. Nee, Teleclub, Entschuldigung. Ich glaube, Teleclub hieß es. Ganz am Anfang ist es Teleclub, also ich kenne es als Premiere, ist ja egal. Jedenfalls habe ich auf Premiere bei meiner Tante damals Demolition Man gesehen gehabt und das muss, denke ich, so 94, 93, weil es kam nicht gleich an dem Jahr oder in dem Jahr, wo es im Kino kam auf Premiere oder Teleclub, sondern versetzt. Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später kam das immer. Ich bin mir da nicht mehr so schnell. Also es muss so um den Dreh 93, 94 gewesen sein, wo ich den ersten Film gesehen habe von ihm. Das war Demolition Man. Natürlich habe ich dann Judd Strait und Daylight und die ganzen alten Filme wie Rocky und Rambo alles nachgeholt. Also kamen dann ja auch teilweise dann im Free-TV so Sachen wie Stopp oder ich meine Mami schießt. Oh mein Gott. Oder auch hier Lock Up und, ach Gott, wie sie alle heißen, was man alles davor gesehen hat. Und so bin ich halt auf Sylvester Stallone gestoßen. Ich meine, das war ja auch ein Held der 80er und 90er, so Actionheld neben Schwarzenegger und Bruce Willis. Aber ja, wie bist du drauf gekommen? Ja, bei mir war es genauso. Also ich weiß, ich bin damals war noch unser schönes Kino in der Innenstadt offen und die hatten halt draußen immer riesige Pappaufsteller. Und wenn ich dann von der Schule irgendwie zurück bin, dann hast du mal natürlich halt Rambo. Ich bin 78 geboren. Und ich glaube, also ich kann mich noch ziemlich gut an einen riesigen Rambo-3-Aufsteller erinnern und dachte, ich würde, glaube ich, meinen linken Arm dafür geben, den im Kino zu sehen. Okay. Bist du mit zehn da reingekommen? Nein, um Gottes Willen. Okay. Nee, 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 nee. Die waren, dazu will ich nachher zwar noch was erzählen, aber ja, es war halt so. Es war wirklich, ich habe da hingeguckt und dachte, nee, geil, Muskeln, Explosionen, Pferde, russische Kampfhubschrauber. Um Gottes Willen, ich muss es sehen. Ja, damals sahen halt Actionheld noch anders aus wie heutzutage. Ja, das stimmt. Früher war ein Actionheld, wenn er muskelbepackt war, am besten noch eine Zigarre in der Gorsch und Kurzhaarschnitt. Oder, naja, bei Sylvester Stallone, bei Rambo natürlich mit seiner Lockenmähne. Ja, aber jetzt hat er ja super zur Zeit gepasst. Ja, richtig. Und bei uns war es halt so, meine Eltern waren mit so Sachen nicht so einverstanden. Das heißt, ich durfte solche, in Anführungsstrichen, Gewaltpornos nicht sehen. Aber es gab ja Videotheken und natürlich auch die Kumpels, die danach gesagt haben, ja, alles klar, der und der Film ist jetzt erschienen, den ziehen wir uns jetzt rein. Also ich habe mir dann meine Dröhnung Actionheld anders halt abgeholt. Und ja, ich bin dann einfach dran hängen geblieben. Das ist einfach so. Naja, mein Vorteil war halt damals, dass ich einen Freund hatte, dessen Vater eine Videothek besessen hat. Ach geil. Und da bin ich natürlich auch an die Filme, obwohl ich noch nicht volljährig war, halt schneller und leichter dran gekommen. Von daher hatte ich dann auch Filme wie zum Beispiel den Film, den wir später besprechen, Demolition Man, frühzeitig gesehen gehabt. Und habe mich dann früher immer in den Free-TV-Aufführungen, sage ich jetzt mal, gewundert, warum die Szene mit dem Auge fehlt. Da hatte ich das mit Jugendschutz und so noch gar nicht so im Kopf, dass es sowas gibt. Und habe mich aber immer gewundert, hä, wo ist die Szene mit dem Auge? Das gibt es nicht, das ist so, die muss da drin sein. Ja, ja, das kam mir aber auch relativ, also es kam mir dann auch etwas später, erst wo ich gedacht habe, okay, der fehlt was, ja. Oh, ach Gott, nee, geschnitten hier und geschnitten da. Und ich weiß noch, ich glaube, ich habe mir mal heimlich Rambo 2 irgendwie aufgenommen und habe den geguckt und dachte, weil ich ihn davor schon gesehen hatte, ungeschnitten, dachte ich noch, okay, da fehlt die Hälfte. Das ist nix. Und dann kam das auch erst so mit, ah ja, alles klar, die schneiden die Filme. Die schneiden die guten Sachen raus und lassen das andere Zeug drehen. Da muss ich jetzt einen kurzen Schwenk zu Arnold Schwarzenegger rüber machen. Und zwar ging es mir damals so mit Predator. Den hatte ich immer nur im Fernsehen gesehen und dachte immer, was für ein komischer Umschnitt. Du siehst diesen Buddy von Arnold Schwarzenegger, ich weiß jetzt nicht, wie er in dem Film heißt, wie er mit zwei Maschinenpistolen dasteht und so wild ballert. Und dann Umschnitt, dann sehe ich, wie er nur noch mit einer dasteht und so. Und ich so, hä, warum macht er jetzt die eine Hand runter, verstehe ich nicht. Und erst später, Jahre danach, nachdem ich mal mir die DVD von meinem Kumpel ausgeliehen hatte und man sieht, wie er den Arm abgeschossen bekommt, dann war der Schnitt offensichtlich. Oder dann hat es auch Sinn gemacht, warum er dann nur noch dasteht mit einer Hand. Weil es gab eine ganze Zeit während der Free-TV-Ausstrahlung, dachtest du immer, hä, was ist denn das für ein komischer Schnitt? Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, Karl, das stimmt, dem schießt er der Arm. Ob das Dennis 16er gekriegt hat, das wundert mich immer noch. Egal. Ja, aber es ist so, ich war damals schon auch ein ziemlich großer Herotic-Blood-Chat-Fan. Und hatte mir auch von einem Kumpel, dem sein Vater hat halt damals einen Haufen Videos, Sicherheitskopien angefertigt. Und da hatte ich mir dann halt auch hier City Wolf und so ausgeliehen. Und die waren ja auch, genauso auch Hardboiled, die waren ja auch bis zur Unendlichkeit verstümmelt. Und ich habe die Filme geguckt und habe gedacht, ich verstehe nicht, um was es da jetzt geht. Und hä, der ist da gerade eben rein, jetzt kommt er wieder raus und sieht total blutbesucht. Gut, die haben ja da auch wirklich 20, 25 Minuten als entfernt. Und ja, die habe ich mir dann Gott sei Dank irgendwann nachgekauft und nochmal angeguckt und dachte, ah ja, klar, okay, jetzt habe ich es mal verstanden, was da überhaupt losgeht. Weil da fehlt ja auch teilweise wirklich Handlung, die sie dann entfernen, damit es anscheinend nicht so auffällt, was alles noch fehlt. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn die nämlich ohne Sinn und Verstand einfach schneiden, hauptsache Blut und Gemetzel ist raus und verstümmeln dadurch die Storyline, dann versteht man den Film teilweise nicht. Ja. Oder es fehlen einfach Details oder Punkte, wo dich in der Story weiterbringen. Und wenn man da einfach nur einen Cut macht und dann einen Cut macht, ohne irgendwie was zusammenzufügen, dass es der Storyline weiterhilft, dann ist es totaler Quatsch. Ja, und wenn du dann einen Film hast, der irgendwie halt dann, was weiß ich, normalerweise 120 Minuten geht und dann geht er nur noch 80 Minuten, das ist Bullet in the Head zum Beispiel, den habe ich auch nie verstanden, bis ich ihn auch wirklich ungeschnitten gesehen habe, wo ich gedacht habe, ah okay, jetzt, ah ja, ah, jetzt kommt's. Aber okay, wir schweifen ab. Ja, wir wollten nicht über Schnitte und Schnittberichte und Jugend und so, jugendschädigende Filme reden, soll er eigentlich über Sylvester Stallone, also lass uns über Sylvester Stallone reden. Also, fangen wir mit, machen wir mit Cliffhanger. Alles klar. Fangen wir mit Cliffhanger an. Okay, Cliffhanger aus dem Jahre 1993 von Rennie Harlin, damals mit einer 18er mittlerweile, mit einer 16er FSK. Ja, Darsteller brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu nennen. Ich glaube, Sylvester Stallone spielt mit. Echt? Ja. Unfassbar. Warte mal, hieß der nicht Gabe Walker in dem Film? Gabe Walker, ja, Gabe Walker. Okay, fangen wir mit Cliffhanger an. Ja, ach Gott, zur Story brauchen wir jetzt nichts zu sagen, oder? Ich würde mal sagen, die Story ist eigentlich so banal wie jeder 90er oder 80er Actionfilm, oder? Okay, ja, dann ich habe hier was aufgeschrieben. Gabe Walker, ein Mann, der Bergwacht in den Rocky Mountains, kämpft seit dem Tod der Freundin seines besten Freundes mit Schuldgefühlen. Diese muss er überwinden, als ein Flugzeug abstürzt. So, jetzt wirst du ja ungefähr um was. Und das ist das, in dem Flugzeugabsturz sind natürlich ein paar Dollars drin, die gesucht werden. Und deswegen wird er mehr oder weniger gezwungen, die zu finden. Genau. So. Jetzt hast du eigentlich fast schon wieder gespoilert. Oh, ein Film von 93 noch Spoilern, oh je. Ja, Cliffhanger. Was fällt dir zu Cliffhanger ein? Naja, wie gesagt, das war einer meiner ersten Sylvester Stallones Filme, oder ich glaube sogar der erste Sylvester Stallones Filme. Und ich fand ihn damals, auch wenn die Story eigentlich eher banal ist, echt spannend. Also er hat mir Spaß gemacht. Die Action war mega und man hat richtig mitgefiebert. Und es ist halt nicht so, der Actionfilm, wie man es normalerweise kennt, da rumgeballert, da 20 Leute, die ballern. Und man hat unendlich Munition in der Waffe. Sondern es war wirklich minimal, schon mit Schusswaffen und so. Aber mir hat eher dieses Interagieren mit der Natur, mit dem Schnee, mit den Felsen. Und das hat mir echt gut gefallen da bei dem Film. Ja, allerdings, das war sogar der erste. Da hat es geklappt, da hatte ich mich damals mit ein paar Kumpels ins Kino geschlichen. Okay. Da waren bei uns halt immer riesige, also damals waren noch wirklich riesige Schlangen vor den Kinos. Wo du halt wirklich auch gemerkt hast, okay, jetzt kommt irgendwas, wo die Leute auch geil drauf sind. Und da haben wir uns dann immer so in einer Gruppe von vier, fünf Leuten dann halt zu. Also klar, angestellt. Damals hatte ich schon ein bisschen Mofa-Bärtchen-Flaum. Den hat man sich da noch ein bisschen runter gemacht. Und dann ein bisschen die Stimme ein bisschen tiefer gemacht. Und dann hat jeder, was sagst du denn, wenn sie dich fragen, wie alt du bist? Ja, natürlich 18. Ja, okay. Da musst du dir aber überlegen. Ja, das Geburtsjahr. Egal. Jedenfalls, wir haben es geschafft mit viel. Ich glaube, mein Puls war mindestens bei 250. Aber die haben uns durchgelassen. Einfach, vielleicht wollten sie sich damit nicht großartig auseinandersetzen. Wobei es bei anderen Filmen nicht geklappt hat. Aber einfach durch den Druck der Massen, die hintendran dann schon, wenn sie dann immer geguckt haben und sagen, seid ihr wirklich 18? Die Leute dann schon hintendran, wir wollen ins Kino, Rob, wir wollen ins Kino. Und da hat sie uns dann wirklich reingelassen. Da waren wir stolz wie Oskar reingegangen. Erstmal Popcorn gekauft und ab geht's. Und ja, ich muss sagen, es ist auch einer der Sly-Filme, den ich glaube ich am öftesten gesehen habe. Am meisten gesehen habe. Am meisten. Ja, mir gefällt auch das Setting halt wirklich sehr, sehr gut. Und er ist spannend. Ja, John Lithgow als Qualen ist natürlich halt auch wieder eine Hausmarke. Der hat ja wirklich Spaß dran, diesen sadistischen Psychopathen zu spielen. Wobei ja auch Christopher Walken für die Rolle vorgeschlagen wurde. Das wäre auch sehr interessant gewesen, glaube ich. Das hätte mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke auch, Christopher Walken sieht ja schon ähnlich dem Lithgow aus. Ja, er hätte vielleicht auch diesen Wahnsinn und diese sadistische Spielfreude, die Lithgow da wirklich auch an den Tag legt, vielleicht getoppt. Man weiß es nicht. Vielleicht auch nicht getoppt. Aber die Idee, Christopher Walken da mit reinzunehmen, das ist schon, finde ich, nicht schlecht. Also gerade zu der Zeit, ne? Allerdings. Was halt auch ist, ist ganz interessant, dass die USA ja auch den Dreh verweigert hat, weil sie Angst gehabt haben, dass es Umweltschäden gibt, die nicht mehr zu reparieren wären. Deswegen wurde ja in Italien gedreht. Und da haben sie eine, ich weiß nicht wie hoch, aber da haben sie eine relativ hohe Kaution verlangt. Und was gibt es noch groß zu sagen? Also ich weiß nur, dass die insgesamte Produktionskosten bei 65 Millionen US-Dollar damals betrieben. Das ist schon ordentlich damals. Aber was die dafür verlangt haben, das weiß ich jetzt nicht. Ja gut, der Film hat drei Oscar-Nominierungen gehabt für Toneffekte. Und Toneffekte habe ich nochmal aufgeschrieben. Wann es nur zwei? Zwei. Zwei. Ja, aber ich muss sagen, also der Flugzeugabsturz sah damals im Kino schon Scheiß auf. Man sieht schon, ich habe schon gedacht, er hat seine Plastikeisenbahn aufgebaut und lässt da das Flugzeug reinfliegen. Also die fand ich damals schon nicht, also fand ich damals schon nicht so prickelnd. Ja, auch der Hubschrauberabsturz am Schluss hat man auch gesehen, dass das in einer Greenscreenbox oder sowas aufgenommen worden ist. Also heutzutage sieht man es noch mehr, finde ich. Jetzt bei hochauflüssenden Fernsehern, UHD und Full HD und Schlag mich tot. Da sieht man es natürlich noch besser. Damals hat man natürlich nur die Röhrenfernseher gehabt. Da war das noch nicht so aufdringlich, aber auch da sah es noch nicht so besonders gut aus. Ja. Ja, ansonsten, ja gut, sie haben es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft mit ihrem Stunt am Anfang von Flugzeug zu Flugzeug. Wobei der ja auch missglückt ist, genau mit dem Seil, weil Crane, der Stuntman, ja auch rausgesogen wurde, aber sie haben es trotzdem hineingeschafft. Sonst gibt es noch zu sagen, Leute, wenn ihr glaubt, dieser Film ist ungeschnitten, nein, er ist es nicht. Es gibt einen Workprint, der geht 129 Minuten, da sind die fehlenden Stellen leider in miserabler Qualität wieder eingefügt worden. Die kann man sich übrigens auch auf YouTube angucken und dann seht ihr mal, was da nämlich noch so alles gegangen wäre. Und ich, also ich hoffe, ich glaube nicht, dass es kommen wird, aber ich hoffe, dass vielleicht das Gute am Coronavirus ist, dass Sly denkt, oh, weißt du was, nachdem wir jetzt ja für ein DC, für Rocky IV arbeiten, ein Director's Cut, der irgendwann kommt, vielleicht nehmen sie sich nochmal Cliffhanger vor. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie was rausholen kann, weil die Qualität ist schon echt unterirdisch. Ob man das noch restaurieren kann, meinst du? Mhm, das wäre halt echt geil. Ansonsten, ja, ich gucke den immer wieder, ich finde ihn immer noch gut und ja, ich hätte wirklich gern den als unrated gesehen, weil wenn man das mal sieht, was da fehlt, dann denkt man, ach komm, nee. Ja, das ist genau das Thema, was wir ja vorhin angeschnitten hatten, dass dann, wenn man so ein Stück rausschneidet, und das ist ja kein kleines Stück, was da fehlt, dann fehlt in dem Film der Aufbau oder beziehungsweise, naja, ob man eine Storyline jetzt sagen kann, man hat die Story auch verstanden ohne diesen Stück, wo fehlt. Ich meine nur, aber es hätte noch dazu beigetragen, dass der Film noch ein bisschen besser rüberkommt. Ja, definitiv. Und du siehst es dann auch, wenn du dir die Szenen anguckst und dann guckst du dir danach den ganzen Film an, dann hockst du schon da und denkst, okay, ja, fehlt, fehlt. Und dann siehst du dann, also mir sind die Schnitte vorher nicht aufgefallen, aber wenn du dir dann anguckst danach, sagst du, okay, gut, cut, da ist, da fehlt was, da fehlt was, da fehlt was. Ist halt leider nur Action gewesen. Also was heißt leider nur? Schlimm genug, dass ich das gemacht habe. Aber ja, gut, in der heutigen Zeit würde der wahrscheinlich auch so ab 16 durchgehen. Was ich noch interessant fand, ist, dass Sylvester Stallone ja eigentlich an Höhenangst leidet, extreme Höhenangst und trotzdem auf diesem 4.500 Meter hohen Berg, ne, was, wie hoch war er? Verdammt, gerade immer bis Gläsen. Ist ja egal. Einen sehr hohen Berg, dann sich trotzdem da hochgetraut hat, um die Film-Szenen zu machen. Ich meine, mit extremer Höhenangst und dann auf dem Berg rumtanzen. Also für mich war das nix, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ich lese gerade, Sylvester Stallones Comeback ist perfekt. Die Handlung mag dünn ausgefallen sein. Cliffhanger ist der noch ein Volltreffer, der Action-Fans begeistern wird. Hä? War das ein Comeback von Sylvester Stallone? Das wüsste ich gar nicht. Hat der mal eine Zeit lang? Ne, das Comeback kam ja erst, also der hat, glaube ich, zwei Comebacks gehabt. Einmal mit Rocky Balboa, wo er sich dann wieder hervorgetan hat. Aber in den 90ern, ne. Nee, eigentlich nicht, ne. Comeback überhaupt nicht. Da stand er gut im Saft. Ich meine, er steht immer noch gut im Saft, aber 90er war er. Nee, nee, absoluter, absoluter Moschee mag nicht. Deswegen verstehe ich die, 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 na, es fällt das Wort nicht ein. Wo liest du denn wieder rum? Blitzeluh, oder? Nein, nein, nein. Ich wollte es nicht sagen, aber dieses Zitat kommt aus kino.de von damals. Ah, okay. Naja, okay. Hm, okay. Gibt es eine Lieblingsszene aus Cliffhanger? Bei dir, die du... Ganz tatsächlich, die dramatischste Szene, ganz am Anfang. Echt? Die hat sich bei mir so eingeprägt, wo er, wo sie, die gehen doch zu viert, gehen sie auf Bergtour, auf Bergklettertour, wo seine, ne, nicht seine, die Freunden von ihm, von Hal Tucker, gespielt von Michael Rooker, da irgendwie hängen bleibt an dem Seil und er nochmal zurückgeht, um sie zu retten und durch den Handschuh er sie fallen lässt und sie stirbt. Und die hat sich bei mir, das ist so, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, das ist wie so ein Bild, was im Kopf sich festgebrennt hat. Auch wenn ich jetzt heutzutage Filme sehe, wo so eine ähnliche Szene vorkommt, denke ich immer, ey, das haben die doch von Cliffhanger irgendwie, oder soll das eine Hommage an Cliffhanger sein? Das hat sich irgendwie wirklich manifestiert in meinem Hirn. Okay, okay. Ja, bei mir sind es einmal das Fußballspiel, das ist schon immer ziemlich übel, Wand, und der Kampf in der Gletscherhöhle. Der ist auch gut, stimmt. Der ist nämlich auch ziemlich geil. Ja. Und eigentlich gehört ja auch noch der Kampf mit diesem, ah, mit dem Typ, der die ganze Zeit dieses, dieses Ortungsgerät da trägt. Mhm. Was mich auch stark an Alien immer erinnert. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt müsste noch das Geräusch machen. Wenn sie so noch so Stand im Gehs aufgebaut hätten, wäre es ein richtiges Massaker geworden. Ja, das sind so die Sachen, da freue ich mich immer wieder drauf. Und ja, der hat einfach eine tolle Atmosphäre, der ist super gemacht. Das ist wirklich auch einer meiner Liebsten, ja. Meine Szene wurde übrigens bei, hier von Jim Carrey, wie hieß er, der tierische Detektiv? Ja, Ace Ventura. Ace Ventura, übrigens veräppelt. Echt? Ja, und zwar mit dem Affen. Da siehst du nämlich Ace Ventura mit dem Affen über so ein Seil zwischen zwei Bergen klettern. Und dann passiert genau die gleiche Szene, nur mit dem Affen und er lässt diesen Affen fallen. Nein. Und deswegen, das ist glaube ich Ace Ventura 2. Und deswegen hat er sich dann im Kloster verschrieben oder eingeschrieben, weil er über den Tod von diesem Affen nicht hinwegkam. Bei Affen muss ich momentan immer, hast du schon Bora 2 gesehen? Nein, nein, nein. Ja, da spielt Johnny der Affe mit, nur am Anfang. Okay. Der ist Pornoproduzent und Pornodarsteller und Kultusminister. Jedes Mal, wenn ich jetzt Affen höre, seit gestern, muss ich immer an Johnny den Affen denken. Egal. Okay. Ja, machen wir weiter oder hast du noch was zu Cliffhanger? Ne, wir können gerne weitermachen. Okay. Was wir mal als nächstes? Machen wir Demolition Man. Machen wir Demolition Man, ja. Gut, Demolition Man. Demolition Man. Ja, Demolition Man auch aus dem Jahre 93. Ach, das war so ein geiles Kinojahr. Geht 115 Minuten, hat eine FSK ab 16, wurde gedreht von Marco Brambilla. Ja. Kurze Inhaltsangabe. John Spartan, ein Kopf aus den 90ern, wird eingefroren. Im Jahre 2032 wieder erweckt. Aber warum wird er eingefroren? Dann gucken sich die Leute nicht, wenn du alles erzählst, gucken die Leute nicht. Okay. Ja, er wurde eigentlich verladen von seinem Nemesis Simon Phoenix und ungerecht verurteilt und dann halt eingefroren. Wird im Jahre 2032 wieder erweckt. Da man auch... Bin so lustig, wenn ich dich aus dem Konzept bringe. Das ist so geil. Weiter. Wecke nicht den bösen Geist in mir. Ja, egal. Jedenfalls wird er wieder aufgetaut, um halt seinen Erzrivalen, der auch wieder aufgetaut wurde, um Edgar Friendly zu beseitigen. Ja, auch aufgetaut. Und dann geht's rund. Also eine modernere Tom und Jerry Variante würde ich es nennen. Es ist eine geile Action-Komödie. Also Komödie ist schon brutal. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also Komödie in der Hinsicht, dass lustige Szenen vorkommen. Ich sag nur Sex im Jahr 2032. Wobei, so weit ist das... Wenn du das mal überlegst, ne? Im Endeffekt, die halten Social Distance. Das könnte... Ja, ja, ja. Ja, wir wollen es nicht weiterspinnen. Nein. Ja, VR-Brillen gibt's auch schon und so. Mhm. Hast recht, hast recht. Naja, also es ist eine sehr gute Mischung aus brutalen Action-Filmen und lustige Komödie, würde ich fast sagen. Also die Wortwechsel, wo sich Simon Phoenix und hier John Spartan liefern in dem Film, sind so ein Brüllen als... Also ich kann als jetzt noch über ein paar Wortwechsel lachen. Und der Film hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das stimmt. Und trotzdem ist er actionmäßig sehr rough. Und auch von der Brutalität her sehr... Ich sag nur, die Seelen mit dem Auge, ey. Wo sieht man das heutzutage in einem Action-Film noch mit so einem Auge? Weißt du? Also... Und dann guckst du die falschen Action-Filme. Naja, ich würde sagen, heutzutage ist das eher Horror-Filme, wo man so Sachen sieht, aber bei Action-Filmen, wo einem das Auge ausgepult wird... Doch, 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 doch. Oh, ja. John Wick. Oh, ja. Ich fand das. John Wick. Der dritte... Oh, aber dieser... Okay, gewähre ich aber hier über Sly. Den habe ich ganz vergessen. Ja, es gibt einige. Also ich finde, eine Brutalität haben die heute schon zugenommen. Ich finde, für eine Sechzehner okay. Ich war damals... Da war ich sogar legal im Kino, weil da war ich schon... Nee, nee, gar nicht. Da war ich 15. Egal. Ja, jedenfalls... Ja, er funktioniert auch heute noch. Ich finde auch, er hat supergeile Dialoge. Die Action ist okay. Also ich persönlich finde sie jetzt nett, übermäßig hart. Ich finde sie so gerechtfertigt. Okay, könnte ein bisschen härter sein. Aber gut. Ja. Ja, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar... Geplant waren eigentlich... Jetzt kommt es. Genau. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Simon Phoenix, Jean-Claude Van Damme und als John Spartan Steven Seagal. Aber Van Damme wollte nicht böse sein, weil es seinem Image nicht entsprach. Und Seagal wollte nicht wechseln. Und dann haben sie leider beide abgesagt. Das wäre ein echter Spaß gewesen. Dann wollte... Vor allem Jean-Claude Van Damme als Simon Phoenix. Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also diese Klamaukigkeit und dieser Wortwitz. Jean-Claude Van Damme. Nee. Also ich glaube auch, der wäre tatsächlich härter geworden. Weil ich glaube auch nicht, dass der gute Steffen da vor der Kamera irgendwie rumhampelt. Das ist ja auch nicht sein Stil. Also das wäre dann schon etwas härteres gewesen. Aber ich hätte es mir auf jeden Fall angeguckt. Und in dem damaligen... Ja, aber guckte ich es mir auch. Klar, natürlich. Da waren sie ja gut okay. So rückblickend meine ich jetzt hat die Überlegung, wenn Jean-Claude Van Damme Simon Phoenix spielen sollte. So wie Simon Phoenix jetzt dargestellt wird in Demolition Man. Schwierig. Ja, da könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Also mit blondierten Haaren und da rumfuchteln. Ja, vor allem mit diesen zwei verschiedenen Augenfarben. Komisch. Ja, 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 das stimmt schon. Nachdem Sly halt zum Projekt gestoßen ist, wollte er Jackie Chan haben. Das ist ja auch. Phoenix. Aber der sagte genauso ab, weil er auch gesagt hat, das geht nicht, er kann nicht den Bösen spielen. Das funktioniert nicht. Der hat, glaube ich, bis heute... Entschuldigung, dass ich jetzt auf die Jackie Chan-Spur komme. Aber ich glaube, der hat bis heute noch kein Bösewicht gespielt, kann es sein. Ich überlege mal. Die Police Story hat er einen guten gespielt. In diesen asiatischen Samurai-Filmen war er immer ein Kommandant oder sowas, wo er eigentlich gut war. Ich konnte mich nicht erinnern, dass der ein Bösewicht mal gespielt hat. Nee. Ich glaube auch nicht, dass das gepasst hätte. Also... Ich glaube auch nicht. Weil mit Jackie Chan hast du ja wirklich eine andere Identifikation. Es wäre interessant geworden, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Da kommt man wieder auf diese Überlegung zu Simon Phoenix. Simon Phoenix, gespielt von Jackie Chan, der wäre ja total hippelig. Also dieses Rumgefuchtel und Rumgeschwank und so, wie Jackie Chan immer kämpft. Ja, ich glaube auch nicht, dass das wirklich gepasst hätte. Aber gut, ja, ist halt jetzt so, wie es halt war. Oh, ne, da kann man jetzt auch nichts Großes alles machen. Hast du von dem, als ich mir die Sachen rausgeschrieben habe, habe ich die ganze Zeit überlegt. Also ich meine, ich konnte vieles tatsächlich auswendig. Aber der Regisseur von Demolition Man, ich habe immer gedacht, das wäre vielleicht Donner oder Silver oder sonst jemand von den damaligen Ikonen. Aber Marco Bambrilla, sorry, der hat außer Ärger im Gepäck nichts wirklich Gutes gemacht. Also ich wüsste auch nicht. Gut, der Silver, wie du gerade sagst, der ist ja in der Produktion, also der hat ein bisschen mitgewirkt. Aber ja, wie du schon sagst, Regie von Marco Brambilla. Brambilla. Ja, das ist schon richtig. Ja, nee, das ist schon ein bisschen seltsam. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, oder wolltest du? Naja, ich meine, es gibt natürlich im Film ein Verweis von hier Spartan, also von Sylvester Stallone, dass er gern Jackie Chan im Film gehabt hätte. Und zwar in einer Szene erledigt die Huxley, gespielt von der Sandra Bullock, ein Schläger mittels Kung-Fu-Schlag, und sagt dann irgendwas wie das Herze von den Jackie Chan-Filmen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Watch laut war. Aber da war so eine Anspielung auf Jackie Chan, dass da doch gern Jackie Chan mitgespielt hätte werden sollen, werden würde. Also ich habe mir noch ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich selbst, auf die ich selbst jetzt auch nicht gekommen bin. Und zwar so kleine Goof, so Alfredo Garcia, der gespielt wird von Benjamin Brett, soll auf dem Peckinpeth-Film Bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia basieren. Der Gefängnisdirektor Smithers soll an den Papillon-Direktor, also soll ein Hommage an den Papillon-Direktor sein. Gut, was habe ich noch so? Gut, Taco Bell wurde, ja? Ja, in dem Büro von der Huxley hängt ein Poster von Lethal Weapon 3. Ja gut, das ganze Ding ist ja voll mit 80er, 90er-Kram. Aber ich finde halt auch so diese Seitenhiebe, so die Schwarzenegger-Bibliothek, was ja auch so als Pendant zu Last Action Hero gilt, wo sich ja Schwarzenegger auch über Sly lustig macht, indem er sagt dann hier, was, der wird Präsident werden? Es gibt ja auch die Szene, wo Phoenix, also Simon Phoenix, sich die Waffen nimmt aus dem Museum und sagt dann zu dieser Puppe, wo diese Waffe halt hält, Entschuldigung, Rambo, ich muss mir das mal borgen. Stimmt, ja. Was ich auch ganz krass, also was ich auch ganz interessant finde, ist gerade, ich habe mir das letzte auch Lethal Weapon 4 angeguckt und danach noch mal ein bisschen rumgelesen gehabt und die haben zum Beispiel diese Szene, also die Szene mit Jet Li, haben sie gesagt, der ist viel zu schnell. Das haben sie jetzt auch bei Donnie Yang gesagt, bei Mulan und bei Snipes war es genau dasselbe in Demolition Man, dass er einfach zu schnell war mit seinen Moves, Kicks, Schlägen, sonst was, für die Kamera, dass sie es wirklich halt langsamer gedreht haben und uns haben es dann angepasst, weil sonst hätten sie das nicht wirklich erkannt. Und das ist halt das, was mir heutzutage so ein bisschen fehlt. Also jetzt außer, John Wick ist außer Konkurrenz, aber so dieses, wenn du einen Actionstar hast, dieser Action Background, gut, dann hat die jetzt Schwarzenegger und Stallone nicht, aber dafür haben sie Muscles. Gut, ich meine, die machen ja auch kein Kung-Fu oder so einen Cut. Aber so heute, ja, das fehlt einfach. Da stellen sie irgendeinen Types hin, den sie dann zwei Monate trainieren und dann sagen, ja, hier, auf geht's. Die alten Recken haben es halt einfach, haben halt einfach einen gewissen Background gehabt. Da muss man halt jetzt den Vergleich zu, also zu den Marvel-Filmen ziehen, sag ich mal, da werden die Leute aufgepumpt. Also ich sag nur Chris Hempfurst zum Beispiel oder auch hier unser Wolverine. Die werden monatelang trainiert, dass sie aussehen wie die Actionhelden. Aber so wirklich Actionhelden wie damals sind es halt doch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das ist halt. Die Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben das damals aus Überzeugung gemacht. So ist sie so gepumpt. Und heutzutage machen die das nur für den Film und zwei Jahre später sehen sie wieder komplett anders aus. Ja. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch Chris Pratt. Das war ein richtiges Moppelchen. Ja, ja. Nur für die Marvel-Filme hat er sich halt Dings antrainiert und dementsprechend sieht er jetzt auch aus, will aber auch nicht mehr zu den Moppelchen zurück. Verstehe ich auch irgendwie. Aber erst für den Film fangen die an zu trainieren und das war früher halt anders. Da hat er ihn immer trainiert. Ja, da hast du recht. Du wolltest aber jetzt noch was mit Taco Bell ansprechen. Genau. Bevor ich dich unterbrechen habe. Und zwar haben sie Taco Bell zu Pizza Hut gemacht, da ja Taco Bell außerhalb Amerika jetzt nicht so wirklich super bekannt ist. Und ich habe ihn mir tatsächlich das letzte Mal, also vor ein paar Wochen nochmal angeguckt, weil ich auch gelesen habe, dass zum Beispiel einer von Edgar Friendlys Edgar Friendlys des Jungs im Untergrund einer seiner Recken ist Jack Black. Genau. Und Jesse Ventura ist in Simon Phoenix Gang. Ja. Das fand ich noch, dachte ich noch, ey, wirklich, habe ich geguckt, denke ich, ah jo, natürlich. Und da sind ja auch ein Haufen Charaktere dabei, jetzt auch Rob Snyder, der eine kleine, also der eine Nebenrolle hat. und ja gut, der junge Benjamin Brett und ja, also es ist schon ein bunt gemischter Cast. Ja, gerade Rob Schneider, ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch oder als wir gesagt haben, wir möchten diesen Cast machen, hatten wir uns so gedanklich mal durchgespielt, wer denn überhaupt als Mitspieler und du sagst Rob Schneider bei Demolition, bin ich so, was? Rob Schneider? Verdammt, echt? Dann habe ich mir den Film ja nochmal angeguckt und dann sag ich, natürlich, Alter, war der jung. Ja. Eieiei. Ja, ist so. Ich bin mal gespannt, da ja Sly momentan Marschens dreht, irgendein Superhelden-Dings und er angekündigt hat, dass wohl tatsächlich Demolition Man 2 kommen soll. Ja, ich sag mal so, das Herz sagt ja, aber der Kopf sagt irgendwie, aha. Ich weiß es nicht. Ich fand, wo wollen die ansetzen, weißt du, ich soll dann aus Versehen dann noch jemand aufgetaut werden, der Spaten damals geärgert hat und jetzt bekämpft er den auch nochmal in der Zukunft. Wie soll es funktionieren? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich persönlich hoffe ja eher, dass er nach Marschens dann endlich mal Expendables macht. Ich meine, der ist 74. Selang da wird es knapp, ne? Der wird nicht jünger. Der ist fitter als ich, keine Frage. Ja, klar. Aber ich meine sowas und außerdem, ah gut, da kommen wir bei Expendables noch drauf. Wobei ich noch sagen muss, man merkt anhand des letzten Rambo-Films, Last Blood, dass er schon, ich habe mir den angeguckt und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, ey, warum nennt er den Film Rambo? Hätte er ihn anders genannt, dann hätte ich ihn verstanden, hätte ich gesagt, okay, ist halt irgend so ein Film, wo ein Familienvater am Schluss durchdreht, ja? Also durchmetzelt. Aber das ist nicht Rambo. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das ist nicht Rambo. Ja, ich verstehe. Also ich verstehe es, weil ich, also ich habe, ich tue mir auch relativ schwer damit. Ich finde den Film gut, ich finde die Gewaltextesse wirklich übel. Ja, aber die sind die letzten halben Stunde. Ja. Muss ich zugeben. Ja, klar. Der Film geht zwei Stunden und die letzte halbe Stunde ist eigentlich Rambo-Time. Weißt du, wie ich meine? Ja, zwei, nee, geht aber keine zwei Stunden, mein Freund. Nee. Ja, ich weiß nicht, du meinst. Ja, nee, ist egal. Ich weiß nicht genau, wie lange der geht. Ja, mir fehlt auch natürlich so das, also ja, mir fehlt einfach das, was auch Rambo ausmacht. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass er da mit so einem MG-Jeep durch Mexiko durchfährt und alles blatt macht, was geht oder sonst irgendwas typisch Rambo-mäßiges, was halt eher so an Teil 4 angelehnt ist. Wobei mir Teil 4 einfach, also ich finde Teil 4 saugut. Ich persönlich bin der Meinung nach, Teil 4 hätte es aufhören sollen. Ja, Der vierte Teil einfach der Cut und fertig, das war der letzte Teil. Der vierte hatte bestes Schluss. Ja, der endet schön, der, da ist zu Ende und dann sagst du, oh schön, hört sich das doof, weil ich auch schön, er ist zu Ende. Er hat sein, er hat, er ist seinen Weg gegangen und er ist einfach fertig. Warum sie dann jetzt noch Lastblatt mache, habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. Geldnöte dürften es wahrscheinlich keine gewesen sein. Ne, glaube ich auch nicht. Und er hat auch noch gesagt, also er hat auch bei Instagram halt mehrfach die Frage gestellt, ob es noch Interesse an einem weiteren Rambo gibt und viele und ich muss auch zugeben, ich war auch dabei, der hat gesagt, ja, aber halt als richtigen Abschluss. Also das, weil Lastblatt hat ja keinen Abschluss, sondern das ist ja einfach auch wieder ein offenes Ende. Da hätte er es halt auch geschickt machen können und einfach gesagt, okay, pass auf, ich sitze jetzt auf diesem Schaukelstuhl und dann mache ich eine Abblende, aber man sieht ja später noch, wie er davon reitet. Ja, also einen richtig, ja, einen richtig schönen Abschluss hätte ich da schon gerne, der dann halt auch Rambo-würdig ist, also auch mit Stirnband und so. Ich meine, der jetzt nicht mehr mit nacktem Oberkörper durch den Dschungel hüpft, das ist auch okay, aber man kann sich bedächtig durch den Dschungel auch bewegen, angezogen, mit Messer und Bogen. Richtig. Jo, okay, hast du noch was zu Demolition Man? Ich wollte dich jetzt mal fragen, was war deine Lieblingsszene denn aus Demolition Man? Weil du mich vorhin ja gefragt hattest bei Cliffhanger. Ah ja, also meine Lieblingsaction Szene aus Demolition Man ist das Museum. Weil er da einfach auch die, weil da einfach, da kommen die besten Sprüche und das ist wirklich, finde ich, wenn man sich das anguckt, das kann man ganz gut mit Tom und Jerry vergleichen. Die hauen sich so dermaßen gegenseitig eins auf die zwölf, beschießen sich und umher, sterben was weiß ich wie viele Leute. Aber beide kassieren nicht wirklich einen Kratzer. Und das macht einfach Spaß, das ist super gefilmt. Ja, da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn er sagt, was sind ihre Extreme? Oder wie viel wiegst du? Ja, das ist einfach schon der Beginn, wo ich denke, nee geil, gleich geht's rund, gleich machen sie das ganze Teilblatt. Richtig, die Szene hätte ich jetzt auch angesprochen, weil die ist echt mega von der Action und auch vom Aufbau her, von dem Wortwitz, wie du schon sagst. Aber auch allgemein die ganzen Wortspiele. Wie angefangen hier, was hat Simon Phoenix für Fähigkeiten zugespielt bekommen? Er kann jetzt mit Computern umgehen, er kann mit Waffen umgehen, er kann Autos kurz schließen, er kann das und das. Und was hab ich? Ich kann strecken. Geil. Da hab ich gelacht, da bin ich auf dem Boden gerollt vor Lachen. Mega. Oder hier auch mit den drei Muscheln. Wer erklärt mir die drei Muscheln? Keiner. Scheiße. Fuck. Und die Zettel kommen hier raus. Strafe. 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 Bis er zehn Zettel hat und dann sagt er, so, ich geh jetzt aufs Klo. Also ich muss sagen, die Muscheln haben bei mir nie funktioniert. Jedes Mal, wenn sich die Leute drüber kaputt gelacht haben, habe ich schon gedacht, okay, ja, drei Muscheln, ja, okay. Das war für mich immer ein Mysterium, aber auch nie so, dass ich mich da hätte mit auseinandersetzen müssen. Was, hast du Lieblingscharakter bei Demolition? Außer jetzt Spartan. Der Lieblingscharakter tatsächlich, finde ich Huxley. Also ich fand hier die, mir fällt der Name schon wieder nicht ein, verdammt, ich mit Namen, Sandra Bullock. Fand ich überraschend gut, weil ich kannte Sandra Bullock eigentlich nur als Liebesfilme und so Schnulzen und so Sachen, die mal in so einem Actionfilm zu sehen und auch optisch war, weil sie noch schön jung und so. Ja, heutzutage sieht sie, du weißt, was ich meine, sie sieht heutzutage auch noch gut aus. Aber damals war es so richtig schön knackig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du einfach schön gesehen, hast du einfach gerne gesehen. Ja, ist eine hübsche Frau. Und, und die muss ich sagen, doch, die hat mir da in dem Film gut gefallen, weil es mal was anderes war. Stimmt. Ich kenne die noch aus Actionkomödien, äh, Liebeskomödien, Actionkomödien, Liebeskomödien oder Schnulzen und so und so einem Actionfilm hatte ich die bis dahin noch nicht gesehen gehabt. Aber von wann ist ein Speed? Oh, gute Frage. Weißt du, das ist zufällig. Kann das auch sein 93? Ich bin mir fast sicher, dass es auch 93 war. Also, ich würde jetzt kein Körperteil dafür opfern, aber... Moment, ich recherchiere. Tu das mal. Du kannst ja weiterreden in der Zeit. Weil Speed, ja, also mein Lieblingscharakter ist hier tatsächlich Edgar Friendly. Ich liebe Leary. Ich finde den als Komiker saugut. Hab in... Ich... No Panic, Who's the Man? Ich finde auch die Rescue Me-Serie super. Ich meine, klar, das gab es damals halt noch nicht, aber über Edgar Friendly habe ich mich schon immer köstlich amüsieren können. Auch die Sprüche von wegen, was... Wie siehst du denn aus? Ich bin der Couch. Und wenn er unten halt diese Ansprache hält, da schmeiße ich mich jedes Mal weg. Okay. Ich habe recherchiert. Und? Speed kam 1994, also ein Jahr später. Ah, okay. Naja, gut. Ja. Ne, ansonsten auch dem Möligischen Man. Wenn er immer wieder mal läuft, ich bleibe auch immer wieder hängen. Das ist egal, wie weit du schon bist. Ich gucke dann einfach weiter und denke, geil. Ja. Schon alleine den Schriftzug finde ich irgendwie lustig gemacht. Weißt du, mit diesem E, was eigentlich nur drei Striche sind. ein bisschen an die Zeichen von der Polizei auf den Schultern erinnert, wo die in Amerika hatten. Diese drei Streifen oder zwei Streifen. Ja, ja, ja. Stimmt, 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 stimmt. Aber auch so wie du sagst, wenn der im Fernsehen kommt, ich bleibe immer dran hängen. Immer. Ist wirklich super Unterhaltung. Und der hat auch keine Längen. Also der wird auch nicht langweilig. Es passiert immer wieder was. Es gibt immer wieder was zu sehen, immer wieder was zu hören. Wie gesagt, allein die Wortwitze. Ey, da kann ich heutzutage noch lachen. Wo meine Frau dann neben mir sitzt und sagt, hä, was findest du daran witzig? Ich sage, ich, keine Ahnung. Es ist einfach lustig. Ich verbinde damit meine Jugend und weil ich den ja als Jugendlicher gesehen habe oder ich finde es halt lustig. Es tut mir leid, das ist halt so. Ja, ne. Ne, also die guckt sogar meine Frau. Also die ist da, also für so Sachen ist sie dann, so sly ist okay. Ja, wenn es dann an den Mann mit dem Zopf geht, dann außer Alarmstufe Rot, den guckt sie mit, aber ansonsten steht sie mal auf und sagt, oh Gottes Willen. Aber ja, gut, so hat halt jeder seine Vorlieben. Gut, hast du noch was zu Demolition Man? Ne, du wolltest mich aber gerade noch was fragen, bevor ich dich wieder unterbrochen hatte. Oder war das die Frage? Ne, ja, ja, das war die Frage, weil sonst habe ich alles abgearbeitet, was da, was ich da noch irgendwie recherchiert habe. Gut, kommen wir zu Expendables 2. So, und da scheiden wir uns jetzt halt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Okay, Expendables 2, ich hau erst mal schnell die Daten raus, dann darfst du gerne ablästern, wenn du willst. Expendables 2 von Simon West, gedreht aus dem Jahre 2012, hat eine FSK 18 und eine Laufzeit von 103 Minuten. Die Riege der Darsteller liest sich wirklich wie das Who is Who der Actionstars von Atkins bis Van Damme, Chuck Norris, Chad Lee und natürlich die bekannten Recken, die dabei sind. Kurze, spoilerfreie Inhaltsangabe. Barney und Co. wollen Rache für einen schiefgelaufenen Auftrag nehmen, bei dem ein Teamkollege stirbt. Okay, jetzt darfst du die Sau rauslassen. Das ist sehr kurz gefasst, passiert ja noch mehr, aber ist okay, ist die Kurzfassung. Naja, ich habe im Prinzip kein Problem mit dem Film, es ist ein schöner Actionfilm, die Action ist gut gemacht, teilweise, sage ich jetzt so in Gänsefüßchen, das Aufgebot von den Leuten finde ich mega, allein Chuck Norris, die Säte ist so geil. Also wie gesagt, ich finde den Film schon gut, ich gucke den auch gerne, aber es sind so Kleinigkeiten, wo mich stören. Zum Beispiel, Arnold Schwarzenegger hält in irgendeiner Szene, ich glaube die am Flughafen, ich weiß es nicht, egal, hält er so ein Maschinengewehr in der Hand und ballert und man sieht, du, zum Nährer Erklärung, du hast im Kopf, hast ja auch so ein 80er, 90er, Arnold Schwarzenegger im Kopf, ein Muskelpaket, an dem nichts wackelt, alles fest ist, der kann springen, wie er will, da bewegt sich nichts. So, und dann siehst du in der Szene, wie er so eine läppische Maschinenpistole in der Hand hat, ballert er mit und sein ganzes Arm macht blablabla. Das zerstört für mich das Bild. Egal. Dann gibt es noch andere Szenen, wo zum Beispiel Sylvester Stallone kämpfen siehst, in so einer Slow-Motion-Variante, dann Schnitt, dann siehst du Jason Statham, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, boom, bang, bang, boom, Schnitt, Sylvester Stallone, bam, boom, weißt du, was ich meine? Das ist, in den Szenen, wo sie zusammen, Action machen, hält sich Jason Statham extrem zurück, passt sich mehr oder weniger die, die Langsamkeit oder die Geschwindigkeit von den alten Herren an und in den Szenen, wo dann Sylvester Stallone und die alten raus sind und eigentlich nur die jungen, also jungen, Jason Statham ist ja auch nicht mehr der jüngste, aber er ist immer noch fitter als die alten Darsteller, da geht es voll ab. Ja, aber ... Jason Statham, da merkst du, da ist Tempo. Und dann siehst du Sylvester Stallone oder Dolph Lundgren allein kämpfen und dann denkst du hier, oh, halt mich wach, bitte. Weißt du, wie ich meine? Das stört mich so ein bisschen an dem Film. Ich verstehe es. Entweder hätte man ein gleiches Tempo fahren sollen, also auch die Szenen mit Jason Statham ein bisschen runterfahren oder versuchen Sylvester Stallone durch geschickte Schnitte oder so ein bisschen schneller wirken zu lassen. Ja, wobei ich aber eher glaube, also mich persönlich stört es nicht, weil ich, und das ist das, was ich denke, einfach, dass Statham, Lee, Atkins, die haben einfach einen Martial-Arts-Background. Das merkst du da einfach und ich finde es ganz gut, weil auch der Kampf zwischen Van Damme und Stallone, Stallone hat auch gesagt, dass er den Kampfstil an Rocky III angelegt hat und das siehst du auch, also ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht und habe mir mal den Kampf von Rocky III angeguckt und dann mal den Kampf gegen Van Damme und das siehst du auch, dass er da auch wirklich diesen Rocky-Kampfstil verwendet. Aber, ja, weil stell dir jetzt mal vor, Stallone würde abgehen wie Statham, das wäre absolut unglaubwürdig, weil es einfach vom Alter her nicht passt. Richtig, deswegen würde ich aber von der Geschwindigkeit her vielleicht Jason Statham ein bisschen runterschrauben, weil er kommt fast übermenschlich vor im Gegensatz zu Sylvester Stallone in dem Film. Diese eine Szene in der Kirche, wo er da als Mönch oder was weiß ich reinkommt, geht er dermaßen ab, der Jason Statham, wo ich denke, Alter, zwei Szenen vor hast du mit Sylvester Stallone in einer Szene gekämpft gehabt, da habe ich gedacht, du bist genau so lahmarschig wie er und jetzt gehst du voll ab. Hä? Das funktioniert irgendwie nicht im, also für mich hat es nicht funktioniert. Okay. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Messer. Das ist eine geile Szene. Ja, die Szene ist schon cool. Naja, wie gesagt, ich will nicht so viel ab, also an sich macht es Spaß, ich finde ein paar Charaktere fallen so ein bisschen, die könnten ein bisschen mehr Screentime haben, so wie Randy Couture zum Beispiel. Ich fand den ein bisschen schwach. Ja. Terry Crews sehe ich unheimlich gern. Er hat in dem Film auch unheimlich viele Wortspiele und Witze, aber er findet auch so ein bisschen mehr von ihm zu sehen, wäre gut gewesen. Aber ansonsten, es ist durchgehend guter Actionfilm, also kann man nichts sagen. Dass Liam Hemsworth als Billy the Kid mitspielt, fand ich überraschend gut, weil den hatte ich so irgendwie gar nicht in diesem, also Liam Hemsworth hat bisher oder in der bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur Liebesfilme und Komöding gemacht, kann es sein. Ja, das ist auch, also für mich ist es auch ein Charakter, der Gott sei Dank drauf geht. Ja, nee, dass der, keine Frage, dass der nicht wichtig ist für den Film, ist klar. Der wird so in einem Film ganz am Anfang kurz mal vorgestellt, naja, das ist unser neuer Azubi. Ja, ja. Und, ja, ich geh mal da hoch und tschack. Geh mal drauf. Weißt du? Ja, du weißt, was ich mein. Ja, ja. So, und, aber dass er in den Actionfilmen mitmacht, fand ich jetzt nicht schlecht. Da hat er auch mal sowas anderes gezeigt von sich. Ah, und Bruce Willis fand ich ein bisschen auch schwach, weil man hat den, glaube ich, nur in zwei, drei Szenen gesehen und davon sind zwei Szenen, wo er eigentlich nur quatscht, weil wo dasteht und irgendwas verzählt und in einer Szene mit dem Smart siehst du ihn kurz ballern, das war's. Wobei ich dir sagen muss, ich bin ganz froh, dass sie den immer so involviert haben. Ich liebe, ich liebe die Stirblangsamt-Teile und ich liebe auch Last Boy Scout, keine Frage, aber was er so in letzter Zeit abgelassen hat, ist alles, also es war wirklich alles scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wie Fatman wird, da bin ich mal gespannt, aber er hat einen Haufen Nebenrollen und du siehst dem wirklich ins Gesicht geschrieben, ich habe keinen Bock drauf, gebe mir meinen Scheck und ich haue meine zwei, drei Lines raus und dann verpisse ich mich wieder. Was ja aber dafür spricht, dass er wahrscheinlich Geldprobleme hat oder so, sonst würde er so scheiß Rollen nicht annehmen. Ja, gut, ich weiß es nicht, aber der macht ja auch wirklich so viel nebenher und die verdienen ja auch in dem DTV-Sektor so unheimlich viel Geld, dadurch, dass die ja die Produktionskosten nicht so hoch haben und meistens ja die meiste Kohle für irgendwelche in Anführungsstrichen Stars raushauen, weißt du, denke ich, ich weiß es nicht, also ich verstehe nicht, wie die ihr ganzes Vermögen irgendwie auf den Kopf klopfen können, aber hast du den neuen Werbetrailer gesehen von dieser Autobatterie? Nö, noch nicht. Guck dir den mal an. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch, musst du gucken. Quartiert mir doch bitte nicht das Bild von Bruce Willis. Ich bin großer Fan von Bruce Willis. Nein, 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 nein. Ja, das ist gut gemeint. Das ist wirklich, guck dir mal den Trailer an. Okay. Es ist Die Hard, also John McClane geht auf Out of the Day. Ach, die meinst du? Genau. Und die hat mir wieder Spaß gemacht. Okay. Und das macht ihm auch Spaß. Du siehst ihm auch endlich wieder im Gesicht an. Ey, da hab ich Bock drauf. Spaß drauf, okay. Ja. Und. Ich meine, wenn die alten Herren vergleichst Arnold Schwarzenegger, so das ist Stallone und Bruce Willis und Jean-Claude Van Damme, finde ich, hat sich Bruce Willis optisch am besten gehalten. Der sieht nämlich nicht viel älter aus wie die anderen. Nee, nee. Bei Slice ist es halt wirklich, ich meine, dass der an seinen Haaren was macht, wobei ich finde, wenn der grau wird, ist er auch in Ordnung, wenn sie ausfallen. Ja, aber als Schauspieler denkst du, hast du halt wirklich Schiss, dass du halt nicht mehr gebucht wirst. Also der Name Stallone, gut, der zieht nicht mehr ganz so wie früher, aber der hat schon noch eine riesen Fanbase. Und ja, da finde ich es manchmal auch echt erschreckend. Also was ich bei Expendables 2 am Anfang so ein bisschen optisch so bemängelt habe, diesen Errol Flynn Gedächtnisbart, den hätte er sich echt abrasieren können. Aber ansonsten finde ich ihn saugut. Der hat wirklich eine hammergeile Action und da finde ich auch, dass Simon West, der ja auch Conair gedreht hat, den ich auch sehr mag, einfach was kann. Der kann was, ja. Aber auch er verschwindet so in dieser B-Movie-Nische und haut halt dann irgendwie was raus, was dann Hauptsache, ja gut, da steht man wieder Simon West drauf. Also ich habe ihm den Erfolg gegönnt, den er auch Expendables 2 wirklich gehabt hat. Und ja, super Film, super unterhaltsam. Jeder hat seine Höhepunkte. Einige kommen halt wirklich etwas zu kurz weg, das stimmt schon. Was ich halt auch schade finde, ist, ja, ich bin halt ein großer Atkins-Fan. Ich finde, der Typ hat eine wahnsinnige Präsenz. Also das ist einfach der Ultimate Fighter, Boyka. Der Typ ist Hammer. Was der an Kampfsport-Sachen abzieht, da bleibt mir jedes Mal der Mund offen stehen. Und ich denke, wie viel Körperbeherrschung hat der Typ? Das ist ja Wahnsinn. Ja, da bin ich bei dir. Das ist wahr. So, jetzt lass uns noch ein bisschen auf den Film eingehen, sonst quatschen wir zu viel über... Stimmt, stimmt. ...zu viel über andere Schauspieler und dann gar nichts über den Film gesagt. Es gibt ein paar Fakten oder Trivias zu dem Film. Hast du dir da was notiert? Ja, ich habe mehr Sachen. Okay, ich zum Beispiel... Ich würde zum Beispiel das mit der Umweltschutzbehörde ansprechen. Und zwar gab es in diesem bulgarischen oder diese bulgarische Umweltschutzbehörde hat der Produktion ein Bußgeld ausgesprochen gehabt, weil sie kleine Sträucher und Bäume am Eingang einer Devatatschka-Höhle gegen das Gesetz entfernt haben oder beschädigt haben. Obwohl die Produktionsfirma diese Genehmigung eingeholt hatte, dass sie da drehen dürfen. Mhm. Ja. Und sich wohl Umweltschützer oder sowas beschwert hatten. Genau. Weil der Lebensraum der Fledermäuse zerstört worden ist. Richtig, da war was mit Fledermäusen. Genau. Weil diese Bäume und Sträucher vor dieser Höhle haben wohl den Eingang so gut versteckt oder verdeckt gehabt, dass die Fledermäuse keine Angst haben mussten vor Feinden. Mhm. Und jetzt dadurch, dass die Sträucher und so weg sind oder weg waren, diese, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von den, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, wohl draufgegangen wären deswegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ausgedacht ist von der Behörde, ob da wirklich was draufgegangen ist oder so. Aber ich fand aber dieses, diesen Filmjahr fand ich echt interessant. Ja, das stimmt. Also die haben wohl danach Nachforschungen angestellt und hätten wohl gesagt, die Population wäre irgendwie, ich glaube, um 20 Prozent sogar zurückgegangen. Jetzt mal ohne Scheiß, also dann lasse ich die da doch nicht drehen. Ja, richtig. Wenn man weiß, dass die da ansässig sind, diese, die sind sogar Arten geschützt, glaube ich, die Fledermäuse, äh, Fledermäuse, Fledermäuse, ach, Deutsch. Warum lässt man dann da ein Video oder eine Filmcrew anreißen und da drehen, verstehe ich nicht. Viel tragischer fand ich das, ja, Entschuldigung. Ja, und dann aber noch hier ein Bußgeld verhängen, weil man da was zerstört hat, das geht mir nicht rein. Ja. Ja, so kann man halt auch Geld machen dann. Also gut. Ja, was halt viel tragischer ist, dass ein Stuntman gestorben ist und einer schwer verletzt wurde, das sind halt auch so, da denke ich mal auch, gut, ich meine, bei Bond ist es ja auch schon passiert und es ist halt ja auch ein großes Berufsrisiko und die Stunzen halt auch wirklich gut, aber da habe ich auch schon, schon echt schwer geschluckt. Sonst, ja gut, hätte ich noch eine, das Bildrauschen beim Film, weil er ja wirklich auch nicht so hochlandt. Ich wollte doch kurz auf den, auf den Unfall eingehen. Ach so, und zwar war, war das ja eine geplante Explosion, das gibt es ja mehr öfters bei so Filmen und der, der Stuntman, der ist ja nicht direkt gestorben, sondern war dann noch im Krankenhaus und wurde operiert, fünf Stunden glaube ich irgendwas und war dann sogar noch in einem stabilen Zustand, also er war eigentlich schon stabil und ist dann trotzdem noch dran verstorben und da muss man dann halt mal wieder sagen, Hut ab für die ganzen Stuntmans und Stuntfrauen, Allerdings, die sowas auf sich nehmen und um uns gute Filme zu ermöglichen oder zu sehen zu lassen, also Respekt. Wir lieben euch, ja. So, jetzt halt. Gut, ich hätte noch halt, das ist Bildrauschen. Eine Hommage an die Actionfilme der 80er, 90er ist, man sieht immer so ein leichtes Krieseln, was man auch gerne mal aus der Videothek hatte, wenn der Film dann öfters durch eine Sicherheitskopie gelaufen ist. Und ja, das war noch als Hommage gedacht. Das fand ich, fand ich ganz gut. Ansonsten, ja, Sly hat sich ja beim ersten Expendables sehr, sehr schwer verletzt beim Kampf gegen Steve Stone Cold und Orsten und Irgendwas mit dem Nacken, ne? Ja, der hatte sich, also eigentlich ist es ein, also er hat ein Haarriss im, ich weiß nicht, in wievielten Lendenwirbel das war, aber also ziemlich weit oben. Lenden oder Nackenwirbel? Äh, Nacken, Entschuldigung. Das ist Nackenwirbel, ne? Nackenwirbel, sagt man das Nackenwirbel? Egal. Ja, es gibt Nackenwirbel, es gibt die, Oh, das ist eigentlich schon echt peinlich, gell, dass ich das nimmer weiß. Egal, ja, 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 jedenfalls, ja, jedenfalls ist es halt jetzt schwierig, weil jede Bewegung oder jeder Neubruch könnte zu seinem Tod führen. Genau, ja, also die Stunts werden, also er darf nicht mehr, nicht mehr ganz so viel selbst machen, wie er gerne macht, aber ich hab mir mal das, ach, das Making-of mal kurz angeguckt, ach, das ist schon übel, also wie der denn dagegen batscht, meine Fresse, hey, da kannst du froh sein, dass du trainiert bist. Ja, das ist sonst, da macht es halt dann doch wieder, das ist doch schon wieder Vorteil, auf so eine Muskelmasse am Körper zu haben, bei so einem Aufprall. Na jo, vor allem, also wenn der das bei mir machen würde, würde ich wahrscheinlich ein tausend Teile zerbrauchen und ich wäre nicht mehr aufgestanden. Das ist wahr. Ja, sonst Expandible 2. Ja, so ein kleiner Gimmick hätte ich noch, das fand ich nämlich auch lustig im Film. Barney, gespielt von, von Dolph Lankrin, erzählt ja, dass er ein Chemieingenieur ist und tatsächlich ist Dolph Lankrin ein Chemieingenieur, denn er hat studiert beim MIT mit einem Fulbright-Stipendiat und hat das tatsächlich gelernt. Also ist da ein Stück Funken, Wahrheit mit drin in dieser Aussage im Film. Der hat auch, irgendwo habe ich auch gelesen, aber ich habe mir das dummerweise nett aufgeschrieben, dass er auch ziemlich, also dass er fast hoch, also ja, dass er eigentlich fast hochbegabt ist, dass die IQ ziemlich weit oben ist, was man ja immer gern damals, weiß ich noch, Stallone, Schwarzenegger, hat man ja immer gern viel Dummheit unterstellt, weil dicke Muskeln nix hirn, was sie ja auch immer wieder gerne Lügen gestraft haben. Und ja, der gute Dolph hat tatsächlich, ist tatsächlich Skrips, ja, und ein riesen Messer. Ja. Ja, nee, ansonsten, ich mag Expandible 2, ich mag den ersten auch genauso gern wie den zweiten, ja, ein bisschen mehr Screentime für Atkins und ich hätte ihn vielleicht auch mal zu den guten. Ein bisschen mehr Screentime für Terry Crews. Und Terry Crews, ja. Ich finde es faszinierend, immer noch bei Terry Crews, es ist so eine Maschine, aber irgendwie hat er nur Nebenrollen. Ich kenne keinen Film, wo es heißt, der neue Actionfilm von Terry Crews. Ja, das Problem ist, also Terry Crews, ich liebe seine Commercials von Old Spice, ich liebe auch White Chicks. Ich bin ein... Das ist geil. Absoluter White Chicks Fan und der hat ja auch... Wusstest du, dass das mein Song ist? Oh, diese Szene, jedes Mal, wenn ich das Lied höre, habe ich dieses Bild im Kopf und damit spielt er halt auch und ich weiß nicht, also es käme echt auf einen Versuch drauf an, den in einem, also den mit einer Hauptrolle in so einem Actionkracher zu besetzen. Es könnte was werden. Naja, er ist ja fein mit, dass er immer nur Nebenrollen hat, er hat sich ja noch nie beschwert oder sowas. Nö. Und wenn man in Interviews oder sowas sieht, ist er immer fröhlich und lustig und macht jeden Scheiß mit, aber man hat noch nie gehört von ihm, ich will jetzt eigentlich auch eine halbe Trolle, ich will jetzt auch mal eigentlich Action hält, er ist eigentlich mit seinem Status total fein, habe ich das Gefühl. Ja, der macht das so draus. Ja, trotzdem würde ich den gerne in irgendeinem Actionfilm gerne als Hauptdarsteller mal sehen. Ja, wie gesagt, das ist halt immer das, wo ich mir denke, ob es bei mir funktionieren wird, ich würde da sitzen, also da müssten sie schon ordentlich mit viel Blut und Krawall machen, weil wenn er sich dann umdreht und dich anguckt, dann denke ich immer, jetzt kommt es. Das hat sich so, das hat sich bei mir wirklich so eingebrannt oder dieses, wenn er bei White Cheeks über ihr steht mit seiner Badehose und sagt, keine Angst, weiße Schokolade, ich möchte nicht, dass du schmilzt. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe und jedes Mal schmeiße ich mich unten wirklich auch fort. Das ist... Auch die Diskosszene, wo er aus der Person die Pille schmeißt und dann geht er voll auf der Tanzfläche. Zu geil. Oder im Restaurant, wenn er da hockt und einer von den Waynes, ich weiß nicht, welche da anfängt, da zu furzen und sich Zwiebelringe zu bestellen und sich da irgendwie am Bauchnabel rumpult und er nebendran hockt und dann auch einen ziehen lässt und dann zu ihr rüberwedelt und sagt, ahle dich in meinem Ambiente, ahle dich. Das ist bei uns, nee, nee, da kann ich jetzt ja drauf eingehen und meine Frau bringt mich um. Obwohl doch, nee, egal. Nee, das ist bei uns schon, ja, das ist, wenn meine Tochter als mal einen fahren lässt, hab ich's auch schon gehabt, ne, dass ich vorbeilauf und sie wedelt dann zu mir zu und sagt, ahle dich in meinem Ambiente. Okay. Wir schweifen wieder ab. Lasst uns wieder zu Expandles. Okay, gehen wir zu Expandles. Deine Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene ist der Kampf gegen Van Damme. Und also der gesamte Showdown eigentlich sehe ich ganz gerne. Der Endkampf. Den Kampf finde ich sehr geil, weil jeder halt seine Special Moves macht, Van Damme seinen Spin Kick und Sly halt in Rocky-Manier auf den Los geht und der ist cool. Der ist schön gedreht, man sieht alles. Keine Wackel, Steady, Blödsinn, Cam, sondern ruhig. Straight. Einfach direkt. Ja, ich habe tatsächlich ein paar mehr Szenen. Ich fand die in der Kirche, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr cool mit Jason Statham. Ich finde die Szene mit Chuck Norris, wo sie da stundenlang ein Feuergefecht haben und dann geht die Munition aus und dann höre ich nur alle futsch und wer kommt gelaufen? Chuck Norris. Und dann bringt er natürlich einen Chuck Norris-Witz. Die finde ich auch nicht schlecht. Die Szene, wie Joan-Claude Van Damme als Bösewicht eingeführt wird, indem er nämlich den Billy the Kid tötet, fand ich stark. Ja. Mit dem Messer, weißt du? Ja. Was ich meine, mit dem Drehkick und dem Wasser? Mhm. Stark. Irgendwie fand ich die mit dem Smart lustig, weil zwei so Riesenpropper wie Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger passen in so einen kleinen Smart rein. Wobei Bruce Willis, glaube ich, gar nicht so groß ist. Ja, ist nicht so groß, aber ich meine jetzt von der Masse her. Ja, ja, ja. Also Arnold Schwarzenegger hat ja Masse und nebendran dann der Bruce Willis und die fand ich auch irgendwie lustig. Und wie du schon sagst, der Endkampf, der ist genial. Ah, nee, der, pass auf, die Szene, die Kampfszene mit Scott Adkins am laufenden Flugzeug. Mhm. Wer, war das? Statham. Ja, Statham ist es, ja. Die war auch geil. Die fand ich auch gut. Ja. Wo leider Scott Adkins ja drauf geht. Ja, gut. Okay. Die hätte, also die hätte noch ein bisschen länger sein können. Also, naja, gut, aber das ist halt. Aber inszeniert war es so schön. Ja, super. War richtig spannend. Oh, wer kommt jetzt zu nah an dem Propeller und, ja, echt gut. War schon gut. Naja, ansonsten, was ich so ein bisschen auch schade finde, ist, dass Jet Li da auch so langsam untergegangen ist. Der hatte ganz wenig Screentime, Ja, gut. Am Anfang ein bisschen. Die haben ja gesagt, er hätte ja, also eine Schilddrüsen-Überproduktion, eine Hyperthyreose. Ja, und? Wobei, nicht das, also, also, nichts mehr zu drehen. Irgendwo habe ich, ich habe es mehrfach gelesen gehabt, den Foren, nach Gott und bla, dachte ich mir, Alter, dafür gibt es Tabletten. Ich weiß nicht, wie viele, hunderttausend Millionen Leute sowas haben. Das ist ja jetzt nichts super lebensbedrohliches. Das kannst du ja ruckzuck behandeln mit gewissen Medikamenten und da kannst du ja trotzdem noch schauspielern. Ja, also. Ja, ist ja ähnlich wie mit dem Schauspielernamen bla 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 lass mich denken dü 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 Michael J. Fox. Der hat ja auch eine Krankheit und er macht aber das Beste, finde ich, aus dieser Krankheit. Er spielt ja eine Serie mit. Er hat ja diese Zuckung, er hat ja Parkinson, glaube ich. Ja. Und er spielt aber das, er spielt das über, dass es passt. Ja, in der Serie, ich weiß nicht, wie die Serie heißt, da merkt man das dem Null an, dass er eigentlich voll am Zittern ist. und letztens gab es irgendwo, was heißt letztens, es war letztes Jahr, ein Auftritt auf irgendeiner Gala oder Verleihung, keine Ahnung, wo sie mit dem DeLorean reingelaufen sind und Michael J. Fox und Christopher Lloyd kamen raus, Christopher Lloyd ist brutal alt, leckt mich am Arsch, den habe ich so gar nicht mehr. Also ich, wenn ich an Christopher Lloyd denke, habe ich automatisch das Bild von Doc Brown im Kopf. Ja. Und als ich den auf der Bühne gesehen habe, habe ich so, Alter, was ist denn mit dem passiert? Gut, Jahre, klar, vergehen, aber hey, pff, das ist ja noch laufen. Entschuldigung. Aber Michael J. Fox hat selbst auf dieser Bühne, wo sie so ein Live-Schauspiel praktisch geliefert haben, hat er so gut performt und man hat ihm das nicht angemerkt, dass er eigentlich nur am Zittern ist und so und bei dem geht es ja auch und Jet Li, denke ich, könnte das auch ihn kriegen. Ja, wobei halt der Unterschied zwischen Parkinson und einer Schilddrüsen-Überfunktion schon ein bisschen größer ist. Ja, du weißt aber, was ich meine. Gut, dass er jetzt vielleicht nicht mehr so schnell und so stark kämpfen kann wie früher. Liegt vielleicht dann auch auf der Hand, aber man könnte es auch schnitttechnisch irgendwie so hinkriegen, dass es immer noch gut aussieht. Keine Frage. So, das war das, was ich gemeint habe damit. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen schade. Das stimmt schon. Sonst ist es halt wirklich, ja, super gute Action-Unterhaltung. Hart, schnell, so wie es sein soll. Kernige One-Liner. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus sogar schon auch zu Expendables 2 gewesen. Ja, ich hätte gerne noch abschließend so eine Frage an dich. Was waren deine Lieblingsfilme von Sylvester Stallone? Was sind so deine All-Time-Favorites, außer die drei, wo wir jetzt besprochen haben? Außer die drei. Ja, was guckst du noch gern von ihm, was du immer mal gern trennen lässt oder auch mal, auch wenn sie schlecht sind, sag ich mal, trotzdem anguckst, weil du sagst, oh, Sylvester Stallone, ihr Scheißegal, schau ich. Also tatsächlich sind so wirklich die Klassiker, also Rocky, super, ganze Reihe, gefällt mir sehr gut. Die Creed-Sachen fand ich den ersten ein bisschen mau, muss ich zugeben. Den zweiten hingegen sehr, sehr geil, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, mein All-Time-Klassiker ist halt wirklich, ja, also Cliffhanger habe ich, glaube ich, am meisten gesehen. Der zählt zwar zu der Reihe jetzt dazu, das muss ich gerade mal, weil sie fand ich noch ganz gut. Mit den Komödien komme ich überhaupt nicht klar. Ja, das ist komisch, ein Actionheld in der Komödie. Ja, es funktioniert, also es funktioniert ja auch schon, aber also damals hat es bei mir nicht funktioniert. Ich finde, Stopp oder Meine Mami schießt, Oskar und sowas. Ich glaube, ich habe von denen nicht mal einen zu Ende geschaut. Ich finde halt, so Actionkomödien, passen es voll gut, finde ich irgendwie. Aber nur Komödien, wo eigentlich nicht viel Action drin vorkommt, wie eben die zwei Filme, wo du genannt hast. Meine zum Beispiel, wo ich gern gucke, auch wenn sie schlecht sind, sind Tank und Cash. Der ist nicht schlecht. Der ist super. Dann gucke ich, ja, ne, ich meine, ich sage ja nur, manche sagen vielleicht, was ist denn das für ein oller Film? Aber ich finde ihn lustig, ich finde ihn gut. Dann gucke ich unheimlich gern alle Rambo-Teile bis drei mit John Rambo. ja, gucke ich auch, aber wenn eins und drei im Film, im Fernsehen kommt, bin ich dabei. Dann lasse ich den laufen, auch wenn ich schon alles kenne. Der läuft irgendwie trotzdem rein. Sagt man das so? Ja. Dann finde ich komischerweise Judd Stratt ganz interessant. Ich meine, er ist jetzt nicht der beste Film, gebe ich zu, aber schon allein, wie er die Waffe an sich, an sich nimmt und sagt, äh, Raketenwerfer. Ja, stimmt, wobei mich da wirklich mal die, die, die Canon, die Canon-Fassung interessiert hätte. Also, da gab es ja immensen Streit und die haben den ja auch nochmal umgeschnitten und Sachen und, und Regisseur, glaube ich, nochmal, ich glaube, haben die den sogar ersetzt. Also, ich weiß nur, dass Canon in einem Interview gesagt hat, den Film, den er eigentlich machen wollte, der wäre schon brutaler gewesen und auch nicht so, nicht so poppig, weil der ist ja schon sehr, ja, von den Farben her. Also, ich bin jetzt kein, ich kenne die Comics jetzt nicht in- und auswendig, ich habe mal einen gelesen und Judge Dredd ist halt einfach rabiat, Richter, Henker, alles in einem. Ich will das gesetzt. Genau. Und so ist es ja schon mit Rob Snyder, der mir tatsächlich nicht auf die Nerven geht, ist es ja halt eher schon so ein bisschen witzig und, ja, er wollte, glaube ich, eine größere Actiongranate draus machen, aber Warner hat da, glaube ich, den Riegel damals, also vorgeschoben und gesagt, das geht nicht, das haben sie ja gerne gemacht bei ziemlich vielen Actionfilmen und da hätte mich tatsächlich ja mal die Canon-Variante interessiert. Also ansonsten, ich mag Judge Dredd auch, auch wenn es alles wie Plastik aussieht und natürlich Karl Urban in seinem Dredd eine andere, eine andere, härtere Schiene fährt, aber das ist jetzt halt auch. Aber dazu muss ich sagen, dass Karl Urban, finde ich, dieses Erbe richtig gut annimmt. Ja. Ganz ehrlich. Hammer. Man sieht zwar von Karl Urban nur die untere Partie. Ich glaube, der hat in dem Film nicht einmal den Helm ab. Ne, soll er auch nicht. Ne, nicht wirklich. Aber schon allein nur die Mundpartie, das kommt so geil von Karl Urban rüber und ich bin echt froh, dass sie Karl Urban als Judge Dredd oder als Dredd genommen haben. Ich finde aber schade, dass da kein zweiter Teil von kommt. Die wollten, die wollten, oder ich weiß nicht, wie weit sie sind, also die wollten seit Jahren, ist immer wieder mal das Gerücht drin, und da sie eine Serie machen wollen. Das würde halt echt passen für irgendwelche Streamingportale, zum Beispiel Netflix oder so, da hast du ja, die können ja machen, was sie wollen und da kannst du halt auch die nötige Hand mit reinbringen und also ich finde den Film auch sehr geil von Urban und ja, die untere Gesichtspartie reicht schon, damit kann er schon genug Wut und ich mache euch alle kalt Sachen rausbringen, das passt. Aber wie gesagt, auch Sly fand ich, damals habe ich den auch im Kino gesehen, in einer Doppelnacht mit Kongo und ich fand den geil. Ich habe, auch wenn ich ihn mal sehe, ich gucke immer wieder mal rein und denke mir, ich will auch einen Roboter, der aufsteht und schreit Krieg. Das war. Das wäre geil. Ja, mein Problem an dem Film ist, ich habe den auf VHS und ich suche den schon seit Monaten auf Blu-Ray und da 50 Euro kriegst du den aber nirgends. Außer aus Italien, da kostet der Versand aber so viel, dass du wieder bei deinem 50 Euro bist. Also ein Aufruf an allen Zuhörer, wenn jemand da draußen Chatstrat auf Blu-Ray hat und möchte den für 15 Euro oder sowas abgeben, hier, meldet euch, schreibt bitte unten drunter in die Kommentare. Ich schicke euch dann meine E-Mail-Adresse. Leid, Spaß. Ja, der ist out of print. Ja, total alt, was der kostet. Ja, ja, ich weiß. Ich habe eine da, aber die kriegst du nicht. Ne, aber ich würde mal warten, der müsste demnächst, denke ich mal, wird der bestimmt nochmal neu aufgelegt. Wenn der wahrscheinlich ein Jubiläum oder irgendwas hat, vielleicht hauen sie da nochmal was raus. Ach so, wollen wir noch kurz erklären oder erläutern, dass Stallone mal mit Brigitte Nielsen zusammen war? Ja, wenn du seine Hochzeits Prämissen da ausdiskutieren möchtest, gerne. Nein, egal. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 15, ich denke auch, die Leute haben genug von uns. Wahrscheinlich, ja. Bewerten, sollen wir die Filme noch bewerten? Ja, können wir machen. Okay, Cliffhanger, wie viele Handschuhe die Abbrottspiele? Ich bin jetzt Karabinerhaken. Okay, nein, super, Karabinerhaken sind super. Wie viele Karabinerhaken? Null bis fünf? Ich bin da tatsächlich bei viereinhalb, weil ich liebe den Film. Ja. Ich liebe den Film. Ja, bin ich da absolut dabei. Demolition Man? Demolition Man bin ich, was gehen wir beim Demolition Man? Vierinhalb. Demolition Man, ich hätte jetzt Muscheln gesagt, aber mit Muscheln kannst du nichts anfangen. Nee, nee, bleib bei Muscheln. Bleib bei Muscheln? Ja, ja, bleib bei Muscheln. Ich würde Demolition Man, boah, das ist schwierig, weil ich liebe den Film eigentlich auch, aber er ist halt perfekt. Ach komm, ich gebe vier Muscheln. Okay, ja, vier bin ich auch dabei. Expendables 2. Wie viele abgetrennte Körperteile gibst du? So, da schalten wir uns wahrscheinlich wieder, weil ich finde es an sich, eigentlich ist, er macht Spaß, aber er hat ein paar Sachen, wo ich, habe ich ja schon angesprochen, nicht so gut finde. Ja, raus raus. Ich vergebe dem, komm, wir lassen den guten mittleren Wert, ich vergebe den drei abgetrennte Körperteile. Drei? Nee, sag mal dreieinhalb, einen Finger noch dazu, dann sind es fast vier. Ich bleibe da auch bei vier, weil mir macht der immer noch Spaß, ich finde den geil, das ist halt absolute No-Brainer Unterhaltung. Perfekt. Ja, da hast du schon recht, der macht schon Spaß. Naja, du kannst aber natürlich ganz, es geht ja von einer objektiven Bewertung, natürlich fließt der Fan-Bonus mit ein, aber... Ich fand den ersten Teil nicht schlecht, also der erste Teil hat mir Spaß gemacht oder der zweite macht auch Spaß, aber es fehlt, ja, egal, das hatten wir schon. Okay, gut, dann ein Aufruf an euch Hörer, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, ey, ich möchte die zwei geilen, sexy Boys in einer weiteren Besprechung hören mit neuen Stars, Action-Stars, alten Action-Stars, dann schreibt uns doch in die Kommentare, wen ihr... Ich kann sagen, ihr könnt gerne sagen, wen ihr gerne mal besprochen haben wollt von uns, wie Arnold Schwarzenegger oder Jackie Chan oder vielleicht auch mal eine Frau wie Sandra Bullock oder... Welche fandest du so scharf? Hier, die Wonder Woman. Aber die macht keine Action-Filme. Also ja, Wonder Woman ist schon ein Action-Film und bei Fast and the Furious hat sie auch... Stimmt. Aber ich hasse Vin Diesel mittlerweile. Ja, das ist... Egal. Oh, jetzt kriegen wir Vin Diesel. Pass auf, jetzt schreiben sie alle. Vin Diesel, Vin Diesel. Schreiben sie überall, Vin Diesel. Okay, gut, aber noch etwas zu Frauen, weil ich wusste, dass sowas aufkommt. Gina Wilde macht zwar auch Action, aber kommt nicht in die Kategorie, die wir gerne besprechen. Ja, also das könnt ihr euch zu Hause gerne alleine angucken. Das ist eine andere Action, ja. Das ist eine andere Action. Gina Wilde. Ja, also von mir aus, wer ist das Last und was da? Sprich? Ich wollte noch sagen, dass wir nicht immer allein sind, also nicht immer nur wir zwei. Wir haben durchaus auch Gäste, die mit uns besprechen werden. Wer das sein wird, das suchen wir uns dann dementsprechend immer raus oder wer auch gerade Zeit und Lust hat. Kann es durchaus mal eine Frau sein, wo man mit uns spricht, wie die Eva oder der Herr Schnute. Der sei gegrüßt an dieser Stelle. Der bespricht vielleicht auch mal einen Film mit einem Schauspieler. Jetzt bin ich raus. Schauspieler mit uns oder Schauspielerin. Also wir sind halt immer nur zu zweit. Genau. Und wenn ihr sagt, oh Leute, hört so, lasst es bleiben, dürft ihr natürlich auch gerne schreiben. Genau. Dann wissen wir, dass nichts mehr kommt. Dann wissen wir das genau. In diesem Sinne, habt Spaß, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Adrian! Johnny! Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns. Das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.